Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast für House of the Dragon, Game of Thrones, Rings of Power, und vieles, vieles mehr hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Meister Chris und mit mir dabei das Wandele Silmarillion. Michael, ich grüße dich. Sei gegrüßt. Ja, da sind wir wieder. Etwas verspätet, eine Woche ausgesetzt. Ich hatte es ein bisschen im Hals. Du warst beschäftigt. Und deswegen könnt ihr euch heute aber auf drei Folgen, die wir besprechen werden, von House of the Dragon freuen. Nämlich die Folgen 5, 6 und 7. Bevor wir aber da eintauchen, Michael, für alle, die noch ein bisschen mehr von uns hören wollen. Wir haben ja gerade unmittelbar vorher noch was anderes besprochen. Denn wir haben zuletzt noch die Deadpool 3, beziehungsweise Deadpool und Wolverine-Filmbesprechung durchgezogen. Eigentlich besprechen wir diesen Film nicht wirklich, sondern sprechen nur über die ganzen Kameos, die darin vorkommen und lesen Schauspieler vor. Aber gut, spricht für die Handlung des Films. Spricht für die Handlung des Fistis. Und alles findet ihr nämlich ganz klar auch auf Nerdizismus.de. Alle Sachen, die Chris gerade erwähnt hat. Und, und, und. Alles, was wir in den letzten zehn Jahren so geschrieben, aufgenommen und verzapft haben. Nerdizismus.de. Denn das Wichtige auf dieser Website ist gleichzeitig, dass ihr da den Feedback-Button findet. Und wenn ihr auf diesen Feedback-Button klickt, habt ihr drei Möglichkeiten, uns zu antworten, uns euren Input zu geben, dass wir ihn hier mit in unsere Besprechungen reinnehmen. Und zwar als allererstes über WhatsApp an die 01525-964-7709. Entweder einfach als Nachricht oder Sprachnachricht, nehmen wir auch immer gerne. Oder ihr verzapft uns gerne viel Zeug in E-Mails an info.nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf Discord oder nerdizismus.de slash Discord. Und natürlich, wie immer, freuen wir uns auch über Sternebewertungen bei Podcast Addict, bei iTunes und bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr übrigens auch kommentieren, könnt also da auch Fragen stellen oder eure Meinung zu den einzelnen Folgen vom Stapel lassen. Da freuen wir uns natürlich auch immer. Und ihr könnt euch auch gerne noch ein T-Shirt schießen unter nerdizismus.de slash Shop. Und vor allem solltet ihr euch aber den 31.10., nämlich Halloween, ganz dick im Kalender eintragen. Da ist die nächste Nerdichrismus-Show als Halloween Edition. Und das wird auf jeden Fall was zum Gruseln, aber nicht zum Fortlaufen. So, genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir hüpfen gleich rein, damit wir auch sehr schnell zum Pudelskern sozusagen kommen. Oder wie es bei Großstadtgeflüster heißt, das ist ja de facto auch nur Verdautes und Gedärm. Und viel Verdautes und Gedärm, zumindest letzteres Gedärm, sehen wir auch, als wir in der Folge 5 wieder einsteigen, die den Titel trägt, das muss ich mal gucken, der Prinzregent. Denn wir sind nämlich, wir sehen sozusagen die Nachwirkungen der Schlacht bei Rooks Nest. Und wir erinnern uns, Rhaenys, Rhaenys, oh mein Gott, diese Namen Rhaenys und ihr Drache, Melissa, whatever, sind draufgegangen, weil der gute Vaga, nämlich den Drachen von Rhaenys, den Kopf abgebissen hat und dann die Rhaenys in den Tod gefahren ist. Vorher hat aber noch der, ja, feuerspeiende Vaga auch noch den König, der dummerweise da auch rumgeflogen ist, auch noch erwischt. Und der liegt jetzt ziemlich angekokelt und knusprig braun in der Wallachei. Und ja, da sind wir also auch schon mittendrin. Ich meine, das war jetzt in der Folge 4 jetzt kein Red Wedding Moment. Also das muss man jetzt auch sagen. Aber es war natürlich schon, der bisherige Höhepunkt dieser Staffel. Und jetzt müssen wir uns also erst mal so wieder ein bisschen sammeln. Ja, und wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet und spekuliert, beziehungsweise gesagt, wenn man keine Laie schon sieht, ist er nicht tot. Und dementsprechend ist es jetzt mit Aegon so. Und Aegon wird noch eine wichtige Rolle spielen. Das hat auch sein Bruder Aemond gesehen, wegen dem, der ja jetzt völlig verbrannter auf seinem fast schon Sterbebett liegt. Ich wollte ja nicht spoilern, letztes Mal. Ich meine, man kann sich den Rest dabei schon selber denken. Aber ja, Aemond hat es einerseits natürlich hervorgerufen. Und andererseits haben wir immer noch einen König, der vielleicht sogar durch seine Erfahrungen hierbei geläutert ist. Je nachdem, wie die Königsschlachten da weitergehen. Ich sage nur, es ist nicht ganz unbedeutend bei dem, was jetzt mit diesem Charakter passiert ist. Und ich finde es spannend, dass sie ihn, hat man in der Serie auch keine verpasste Gelegenheit genutzt, dass sie ihm seinen Heilungsprozess dann durchaus noch zeigen, wie er fortschreitet. Und dafür, dass er damals, also die vorherigen Folgen und die vorherige Staffel eher so ein unscharmanter und eher gehasster Charakter ist, kann man doch so mit ihm etwas mitfühlen, dass er da herumsichten muss mit ganz vernarbt und verbrannt. Ja, vor allem, weil natürlich auch, ich meine, man kann natürlich auf der einen Seite sagen, valyrischer Stahl hat seinen Job getan. Ja. Ist so. Aber Verbrennungswunden sind natürlich auch, also das ist so ein, das ist so eine, so ein, so ein, so ein Schmerz. Ich glaube, der ist wirklich unerträglich, weil du ja nichts machen kannst. Du bist ja dazu verdammt, den Schmerz auszuhalten. Ja, das ist, das stelle ich mir wirklich sehr, 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 sehr grausam vor. Dann ist aber ehrlich gesagt ja fast noch, in Anführungszeichen, gut bei weggekommen, weil es scheint ihn irgendwie nur so auf der rechten, auf der linken Seite erwischt zu haben. Die rechte sieht noch ganz gut aus. Ja, und eine gewisse Feuerfestigkeit der Targaryens ist weiterhin daher. Daenerys, die konnte durch Drachenfeuer durchgehen, ohne dass sie irgendwas abbekommen haben. Aber hier, er hat es zumindest nicht wie der Rest der Soldaten komplett in seiner Rüstung verbrannt. Ja, Reynes haben wir zwar auch in Anführungszeichen nicht tot gesehen, aber davon können wir ausgehen, dass sie nicht wieder kommt. Wir springen dann auch gleich zu Corlys. Und der Corlys, ich meine, der Corlys kann einem wirklich leid tun. Zum einen war ja, Reynes und Corlys, war ja so die einzige, nennen wir sie mal als gesund dargestellte Beziehung in der ganzen, also fast in ganz Game of Thrones. Ja. Vielleicht noch Ned Stark und seine Frau, aber alles andere ist ja dann doch irgendwo auf irgendeiner mehr oder weniger Art und Weise toxisch. Und der Corlys, der kann einem wirklich leid tun. Ich meine, jetzt müssen wir mal aufzählen, Brudertod, Frau tot, Tochter bei der Geburt gestorben, Sohn Lenor, wahrscheinlich tot, weiß er mal nicht, Enkeltod. Und jetzt soll er auch noch Hand werden, was, das wird er auch wissen, für viele, die mal Hand waren, auch nicht unbedingt immer mit dem besten Ausgang vonstatten geht. Also, der kann einem wirklich leid tun, der arme Mann. Er hat ja auch wirklich keine andere Wahl, als das Ganze anzunehmen. Würde er es nicht annehmen, dann würde er sich ja quasi gegen Nia stellen und das wäre auch so ein halbes Todesurteil. Ja, genau. Das heißt, das ist halt ein extremst vergiftetes Geschenk, was er da kriegt. Naja, aber ganz unschuldig ist er jetzt nicht. Nein, 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 nein. Wodurch, ich sage, du sagst eine gesunde Beziehung in Anführungsstrichen, denn das, was er sonst so auf seinen Reisen wortwörtlich getrieben hat, holt ihn ja dann doch in den nächsten Episoden wieder ein. Ja, ganz genau. Wir haben, wenn wir mal bei Team Grün, bei Team Schwarz bleiben, also er nimmt das natürlich an, dann sehen wir jetzt so langsam die Emanzipation einzelner Player, also auch von Rhaenyra selber, die er dem Sir Alfred dann nach Harrenhal schickt, der hat sie sowieso im kleinen Rat immer genervt. Der Jay Saris macht sich aktiv und auch glaube ich so, nur so mit Halbdeckung seiner Mutter auf zu den Zwillingen am Fluss, um da mit den Lord und Lady Fry zu verhandeln und Kel Surpriest, die hätten auch gerne Drachenschutz und wollen Harrenhal. Also alle wollen seinen Drachenschutz haben. Jeder hätte gern Drachenschutz. Das ist ja eben das, wir hatten im letzten Mal besprochen, die Analogie zur Atombombe, das ist jetzt genau das. Genau, und jetzt, wo die Atombombe gezündet wurde, ist jetzt nur noch die Frage, wer hat mehr Atombomben, wer kann noch mehr abschrecken? Ja, ganz genau. Da werden wir ja dann in Folge 7 auf jeden Fall noch ausführlich drüber sprechen. Genau, aber ich meine, wir können es eigentlich noch mehr als Ganzes besprechen, weil wir hier schon stark zusammenhängende Geschichten haben. Von Team Grün sehen wir ein paar Sachen, aber wenn wir jetzt den Arc dieser drei Episoden mal zusammen sehen und von oben ein bisschen, von die Vogel, die Drachenperspektive von oben einnehmen, dann ist ja Team Black jetzt schon an so einem Tiefpunkt angelangt. Also die haben kaum Armeen, die die irgendwie zusammenrufen können. Die haben also kein Nichts, was die anbieten können. Die haben ihre Drachenreiter, sind hops gegangen, beziehungsweise die haben zwar Drachen, aber keine Drachenreiter und ihre wichtigsten Assets sind auch verloren, wenn man sieht, wie was Damon da in Harrenhal treibt und sich als König auftut und entsprechend gegen Rhaenyras ganze Pläne da arbeitet. Also Rhaenyra, die ist enorm in die Ecke getrieben in diesen ganzen Episoden und versucht, eine Lösung daraus zu finden, was eher Glück ist, als alles andere. Und Glück ist etwas, was eher selten in Game of Thrones Geschichten vorkommt. Was meinst du jetzt mit Glück? Ja, dadurch, dass sie, klar hat sie den Einfall, dass sie für ihre Drachen andere Reiter rekrutieren kann, die tagärisches Blut mit drin haben, aber die hat ja auch schon ein gewisses Glück, dass sie überhaupt irgendwelche rekrutieren kann und dass sie diesen Einfall, dass sie überhaupt noch mehr Drachen als alle anderen vor allem zur Verfügung hat. Ja, gut. Das kann man so sehen, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob wir so diesen Draufblick haben. Wir werden mal sehen, wie uns die Folge so ein bisschen durchspringt und wo wir so landen werden. Vielleicht machen wir trotzdem noch diese Folge 5 noch ein bisschen so als Bilder, bevor wir 6 und 7 vielleicht in einem Aufwasch besprechen. Denn ich finde, das ist nach dieser Schlacht bei Rooks Nest durchaus nochmal, wir müssen uns jetzt nochmal alle konsolidieren, alle nochmal sammeln. Und wenn wir jetzt nochmal bei Team Black nochmal ein bisschen bleiben und dann mal nach Harrenhal gehen, nämlich zu Damon, der ja dem Haus Blackwood da durchaus freie Hand lässt und die Flussbrillande gegen sich aufbringt, dann haben wir ja hier sozusagen wieder ein Stück mehr von, und das kumuliert dann in Folge 7 mit Damon in der er dann sozusagen von dem kleinen Oscar Tully dann gefrontet wird. Dieser Damon, und ich revidiere, was ich gerade eben gesagt habe, vielleicht besprechen wir die Charakter einfach als Ganzes einfach durch. Versuchen wir es mal, ob man so hinkommt. Machen wir doch mal Damon, weil der hat so ein bisschen den guten Akt, da kommen wir gut rein, die Folge. Also, wir haben ihn in Folge, in Folge 5, dass er wie gesagt eben erstmal den Blackwood sagt, ja, wenn dich die Bracken nerven, dann mach die halt einfach platt, dann besorgst du mir die Flusslande und müssen wir eben gucken, was mit dem alten Tully ist. Er hat aber auch wieder seine Traumvisionen, wir wissen ja nicht genau so, was es jetzt irgendwie ist, und in einer, die bestärkt ihn natürlich dann noch, denn, da macht er das, was Targaryen am liebsten machen, nämlich ins hissiöses Verhältnis mit seiner Mutter eingehen. Er träumt es auf jeden Fall. Ja, ganz genau, und er hat auch sichtlich Spaß dabei. Und die Quintessenz darüber ist aber, dass seine Mutter ihm sagt, ja, eigentlich warst du ja immer mein Favorite und hättest eigentlich König sein sollen. Und da sieht er sich natürlich dann extremst bestärkt drin. Ja. Zu der ganzen Geschichte in Harrenhal mit Damon muss man sagen, dass die im Gegensatz zu den Büchern schon sehr umgeschrieben wurde. In den Büchern hat er in Harrenhal eigentlich nicht so viele Probleme, wie er hier hat. Die Riverlords, die stellen sich relativ schnell auf seine Seite. Er muss hier nicht irgendwen überzeugen. Wir erfahren auch nichts von diesen Visionen, die er da hat, oder dieser schweren Zeit, der quasi der Depression, die er durchlebt, der Midlife Crisis eines Drachenlords. Das ist in den Büchern unspektakulär. Da passieren zwar ein paar Kampagnen, ein paar Schlachten, die da stattfinden, aber er muss nicht diese ganze Überzeugungsarbeit bei den anderen Riverlords und bei den Tullys durchführen, damit sie ihm irgendwie folgen. Und auch dieses, dass er sich als King Regent aufstellt oder sowas, das ist schon etwas, was stark in dieser Serie, in diese Serie reingeschrieben wurde. Muss ich aber gar nicht schlecht finden, weil sonst hätte Damon ja fast gar nichts hier in der Richtung zu tun und ein bisschen so eine zwiegespaltene Charakterbildung. Dafür ist das schon ganz gut und auch ganz spannend geschrieben und auch als Nebenplot, dass man sich nicht nur mit Schlachten und Drachen beschäftigt und mit der Verzweiflung von Team Green und Team Black. Das ist so ein B-Plot oder so ein C-Plot, der fast schon eine eigene Serie sein könnte. Bleiben wir bei ihm, ziehen wir jetzt einfach seinen Arkt durch. In der Folge 6 hat er dann neue Visionen, diesmal von seinem Bruder, nämlich Viserys. Und der konfrontiert ihn halt auch so ein bisschen damit, dass Damon dazu neigt, immer abzuhauen, wenn es mal ein bisschen auf hart kommt. Und hier sogar wortwörtlich, indem er einfach im Thronsaal die Tür zumacht und endlich mal rauskommt. Ja, das ist übrigens eine alternative Version der Szene. So eine ähnliche Szene hatten wir schon in Staffel 1. Die spielt sich hier nur ein bisschen anders ab. Die einzige Szene, die glaube ich neu ist, ist am Todesbett von Viserys Frau. Das haben wir nicht in Staffel 1 gesehen. Sonst sind das oft, sind diese Visionen, die er mit Viserys zusammen hatte, Nachbildungen von Szenen, die wir in Staffel 1 gesehen haben. Ja, und Damon, wird ja auch, also ich habe gerade eben schon alle emanzipieren sich so ein bisschen von Rineau und Damon macht es ja auch. Also er wird für sie auch immer unwichtiger, weil sie halt sagt, ja der hängt jetzt seinen Haaren herum, ich habe keine Ahnung, was der macht. Da muss ich mich jetzt halt selber drum kümmern. Und er ja im Grunde genommen auch, weil er zum einen eben dann jetzt so ein bisschen Gefallen dran gefunden hat, auch wenn es außer ihm noch irgendwie so keiner ganz genau weiß. Also ich meine, er hat ja Gefallen dran gefunden, jetzt Kalif anstelle des Kalifen zu werden, der lässt sich ja dann auch so anreden, ja. Er möchte also nicht wieder Queen Comfort sein, sondern Consort sein, sondern eben King und Your Grace und Blau und Piopeng. Und er geht aber nicht aus Haaren Hall, weil anscheinend hält ihn ja, also nicht nur, ich weiß nicht, hält ihn Alice Rivers da? Ist es wirklich sie, die ihn also aktiv mit vielleicht irgendwelchen magischen Kräften oder so da hält? Ich meine, sie ist ja offensichtlich... Er hat ja kaum eine Wahl. Ja. Ich meine, er könnte ja mit dem Brachen losfliegen alles selber platt machen, dann rennen die auch schon alle zu ihm und sagen, oh, großer Meister. Ja, natürlich dann auch. Ja, das funktioniert ja nicht. Er bekommt ja erstens nicht mehr viel mit von dem, was im Königreich so läuft. Er weiß ja eigentlich nur noch das, was bei den Riverlords da passiert. Und dann hat er ja weiterhin, wenn er das macht, dann würde er sich ja aktiv gegen Venera stellen. Und das würde dem ganzen Konflikt nicht unbedingt helfen. Also er hat gar keine andere Wahl, als in Harrenhal zu bleiben und so ein bisschen den Ränkenschwieden durchzuführen. Und dadurch, dass er gezwungen ist, da zu bleiben, ist er einfach mit diesen Visionen konfrontiert, wo man jetzt durchaus spekulieren könnte, ist es Harrenhal selber oder ist es, was deutlich wahrscheinlicher ist, dass er von Alice Rivers die ganze Zeit vergiftet wird mit dem Tee, den sie ihm anbietet. Ja, ich tippe auch mal so ein bisschen, vielleicht verstärkt sie irgendwie so die mystischen Kräfte von Harrenhal, wer weiß das schon. Wobei man ihre Willen oder ihre Agenda auch nicht ganz rauslesen kann. Sie ist ja, sie will ihm irgendwie helfen und auch gerade die Ereignisse, die dann in Staffel 6, 7 stattfinden, die tendieren schon in die Richtung, dass sie ja schon wohl eine Hand im Ableben des alten Tullys hat. Aber einerseits gibt sie ihm diese Visionen und treibt sie ihn mehr oder weniger in den Wahnsinn. Andererseits hilft sie ihm aber auch. Also man kann noch nicht ganz durchschauen, welches Spiel sie jetzt da spielt. Ich meine natürlich, welches Spiel sie spielt, aber in der Serie ist es schon sehr ambivalent. Ja, allerdings. Und deswegen macht es ja auch so Spaß, darüber zu spekulieren. Ich meine, dass sie den Tully auf dem Gewissen hat, da können wir sich ja von ausgehen, dass sie das auf jeden Fall gemacht hat. Und das ist wirklich sehr, sehr spaßig, weil jetzt haben wir in der Folge 7 dann nämlich mit dem Oscar Tully so ein junges Bübchen, was dann nach Harrenhal kommt und irgendwie erst so ein bisschen unterwürfig, duckmäuserisch, naiv tut und dann aber anständig Kontra gibt. und den Damon sogar in eine argumentatorische und moralische Zickmühle bringt, aus der er dann zumindest mit ad hoc nicht rauskommt. Aber er ist halt auch, ehrlich gesagt, nicht clever. Er ist auch nicht, statt er sagt, hm, da muss ich jetzt erstmal drüber schlafen und dann überlege ich mir das, ist er halt dann auch impulsiv und lässt sich, ehrlich gesagt, von dem kleinen Kind dann doch ziemlich auf der Nase rumtanzen. Er ist enorm ego-getrieben. Er ist komplett beschäftigt mit dem, was ihm seine Visionen sozusagen zeigen, mit der Paz-Situation, in der er steckt. Er beschäftigt sich ja auch nicht wirklich mit dem, was die Riverlords da miteinander treiben. Er gibt zwar so ein wenig den Anstoß, dass der junge Herr seinen Vater um die Ecke bringen soll, damit er endlich da regiert. Aber das ist ja jetzt einfach nur, das ist ja auch nicht unbedingt der cleverste Plan. Er ist so dermaßen mit seinem Ego und mit sich selbst und mit seiner Depression beschäftigt, dass es auch nicht schwer war, ihn in die Ecke zu treiben. Und ich muss aber sagen, hat der Junge schon recht clever gemacht. Absolut, ja. Ich hatte ehrlich gesagt, als er dann so ansetzte zu seiner Rede, da hatte ich kurzzeitig Angst um seinen Kopf. Ja, das stimmt. Hätte man sich was denken können. Aber ja, irgendwie muss ja jetzt mal die ganze Situation da gelöst werden, da wir nach Folge 7 auch ins Finale dieser Staffel einkehren. Ich bin gespannt, wie viel sie auch von Damons Geschichte noch in dieser Staffel zeigen. Weil ich persönlich hatte gedacht, dass sie schon weiter gewesen wären in der Gesamtstory, die da kommt. Bin mir aber auch nicht sicher, welches Finale sie dann da reinschreiben. Weil von der Story, die das Buch vorgibt, wäre ein eindeutiger Schlusspunkt für diese Staffel da gewesen, wo alles drauf hinausläuft. Ein großes Ereignis. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie in dieser achten Folge noch dazu kommen. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wo es gerade auch mit Damon in dieser Staffel noch hingeht. Da ich's nicht weiß und du das ein bisschen Meisterbuch wirst, wer weiß, was du da so durch die Gegend raunst. Ich höre das, ich höre das wohl. Aber ich, also, wir hatten ja schon das Foreshadowing in der letzten Folge, und ich sag mal, Aemond, Damon, das wird auf jeden Fall auf diese Clash hinauslaufen. Da muss man jetzt kein großartiger Prophet für sein. Die Frage ist ja, dabei bleibe ich, wie ich am letzten Mal gestellt habe, wird er am Wehrholzerhaum baumeln? Wird er von ihm erschlagen werden? Oder wird er einfach nur irgendwie ausbluten und dann neben dem Baum zur Ruhe kommen? Mal gucken. Ja. Warten wir ab. Bitte? Warten wir mal ab. Ja. Springen wir zu Rhaenyra. Auch sie emanzipiert sich von sich selbst, vom kleinen Rat, von ihren bisherigen Liebschaften, von Traditionen, wer Drachenreiter sein kann. Also, alle finden so langsam ihren Weg. Und ich fand das ja wirklich schon spaßig, dann in der Folge 4, als er erst mal diesen nervigen Sir Alfred dann wegschickt, der, lustigerweise, ja anscheinend ewig brauche, bis der in Harrenhal ankommt. Also, im Vergleich zu allen anderen. Ich habe kein Fast Travel mehr. Ja doch, Corlis schon. Corlis hat Fast Travel. Corlis ist permanent überall. Oder ist? Ja, so ein bisschen. Ja. Und auch die, die ganzen von, ich will immer Melisandre sagen, aber von der Mizaria, die, die Argentinen, die sind ja auch immer Ratze-Fatze in Königsmund, bei dem auch sowieso jeder ein- und ausgehen kann, aber dazu später mehr. Ja, aber da haben die ja die Schiffsrouten, die Corlis, offen gemacht, da sind die mit den Schiffen relativ schnell unterwegs. Okay, von mir aus, so bien. Da habe ich, über den Punkt, da bin ich schon lange drauf, mir hinaus, mir ist halt nur aufgefallen, dass dieser Sir Alfred halt ewig braucht, bis er in Harrenhal ankommt. Ich glaube, er ist immer noch nicht da. Also von daher, wir wissen auch nicht, was mit ihm passiert ist. Und, also sie emanzipiert sich in allen möglichen Dingen, sie will auch jetzt ein bisschen mehr zur Kriegskönigin werden, ja, und das schafft sie auch, glaube ich, ganz gut, vor allem, wenn man dann das Schlussbild der sechsten, der siebten Folge dann nochmal sieht, zu dem wir gleich kommen werden. Und sie hat gemeinsam mit, mit Jace ja dann doch irgendwie so eine ganz gute Idee, nämlich, hm, wenn uns so langsam die Drachenreiter ausgehen, wir aber noch ein paar Drachen haben, brauchen wir jetzt dann vielleicht doch mal ein paar Drachenreiter. Und, die Idee, im Prinzip mal in die Stammbäume zurückzugehen, die ist ja gar nicht so dumm. Ja. Klappt doch nicht so ganz. Ja, weil die Targaryens und die Valerians sich natürlich immer sehr vergenügt in der Stadt und in ganz Westeros. Und deshalb ist es ohne Verhütungsmittel ganz klar, dass irgendwo noch ein paar Gene von denen rumhüpfen. Und das hat, ich meine, die ganze Staffel hat es ja schon angedeutet, dadurch, dass wir die, klar, die Bastarde von Dings gesehen haben, von Corlys und andere Andeutungen davon, wie es, welche Leute da in King's Landing unterwegs sind. Das Ganze führt ja in die Richtung und jetzt versteht man auch innerhalb der Staffel, warum wir uns mit diesen Nebencharakteren beschäftigt haben. Wir haben am Anfang der Staffel kurz darüber geredet und ich habe auch hier nicht wieder viel gespoilert, aber die sogenannten Dragon Seeds, die sind enorm wichtig für den Verlauf von dem, was Team Black bevorsteht. Ja, und der Erste, der das Ganze ausprobieren muss, ist also Stephen Duckling, ganz fantastischer Name, ja, und der ist allerdings, naja, also die Großmutter seiner Großmutter, die war mal eine Targaryen. Wie, wie ich mir gesagt habe, dass das auch für alle Hardcore-Lore-Fans auch völlig neu war, dieser Zusatz, und die jetzt alle wie verrückt in den Quellenbüchern, in den Stammbäumen zurückgehen, um das irgendwie zu verorten, was aber noch nicht so ganz final passiert ist. Also das war wohl irgendwie so eine neue Info, die hatten die noch nicht und ja, also das ist schon, naja, sehr optimistisch, aber sie hatten halt wohl gerade keinen anderen. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass ja der Seasmoke, der Drache, mit dem sie das als erstes probieren, der hat ja eigentlich noch einen Reiter. Zumindest wissen die ja nicht, ob der Laenor noch lebt oder tot ist. Ja, und von daher war das ehrlich gesagt schon sehr optimistisch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, dadurch, dass Laenor ja im Prinzip, wir wissen es, noch am Leben ist, dürfte der Drache ja nicht so einfach zu zähmen sein. Wissen die natürlich nicht. Die denken, der ist draufgegangen und jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Rhaenyra, weiß die das denn noch am Leben? Die müsste das eigentlich wissen, ne? Ja, eben. Sie müsste es eigentlich wissen. Sie hat ihn ja weggeschickt. Genau, eben. Und deswegen hätte sie eigentlich damit rechnen müssen, dass der C-Smoke sich nicht mal eben schnell mit jemandem Neuem bondet. Aber okay. Na gut, Versuch macht klug. Genau, Versuch macht klug, genau. Wir haben ja genug. Ich habe allerdings da nicht ganz verstanden, dass der Drache dann von alleine losfliegt und sich mit Anim of Hall sozusagen seinen eigenen Drachenreiter sucht. Also den Antrieb des Drachen habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist er enttäuscht. Boah, auf wen haben die mir da vorgesetzt und dann reitet er rum. Das ist ein ganz netter Trick, den sie in der Serie mit reinbringen und das wird übrigens auch in diesem Behind-the-Sins-Material, was sie jede Woche raushauen, nochmal betont. Keiner weiß, was in den Köpfen der Drachen vorgeht und keiner weiß, wie die Magie der Drachen funktioniert. Es ist halt mit Valyria verloren gegangen, die Kenntnis, wie man Drachen zähmt. Und deshalb ist die einzige Möglichkeit für die Targaryens, die scheinbar auch dieses Wissen nicht mehr besitzen, halt auf die Gentour zu gehen, weil sie nicht mehr die ursprüngliche Magie haben, wie Drachen gezähmt werden können. Aber dieses Mysterium, dass man nicht genau weiß, wie man Drachen handeln muss, das bringen sie für mich schon ganz ordentlich in der Serie rüber, auch dem Zuschauer, dass man nie weiß, dass Drachen wirklich sehr unberechenbare, sehr intelligente, aber sehr unberechenbare Viecher sind. Passenderweise hat sich George R.A. Martin vor ein paar Tagen mit einem Blogbeitrag zu Wort gemeldet, wo es nämlich ganz genau um diese Drachen ging und ist nicht so ganz zufrieden, wie in der Serie mit den Drachen umgegangen wird. Denn hier sind die Drachen ja so ein bisschen, also in der Serie so ein bisschen Free Roaming, also die fliegen da so rum, wo sie selber gerade Bock haben und er sagt eigentlich, so hat er seine Drachen nicht angelegt, denn die Drachen, die er konzipiert hat, die haben ein festes Gebiet, ein festes Territorium und wollen gar nicht frei rumfliegen und bleiben da in ihrem Gebiet. Denn, sagt er, wenn die frei rumfliegen würden und praktisch jederzeit irgendwo auftauchen würden, würde das sozusagen die Gesellschaft, wie sie auf Westeros existiert, hätte er sie völlig anders geschrieben, weil die dann permanent auf Drachenalarm wären. Aber das sind sie halt de facto nicht. Man kann natürlich spekulieren, dass jetzt der Seasmoke so geschrieben wurde, warum er abhaut, dass vielleicht die Drachen sind auf die Territorium angewiesen oder sind vielleicht auch Gewohnheitstiere und die Gewohnheit, dass so ein neuer Reiter gefunden wurde, wurde entsprechend durchbrochen. Also, man hat erstens, ist sein Reiter schon lange nicht mehr wieder aufgetaucht, zweitens versucht man ihm einen neuen Herren zu geben und vielleicht ist es ja ähnlich, kennst du vielleicht von Hunden oder von Katzen, wenn man die aus ihrer Routine rausreißt, sind die völlig verwirrt und machen Blödsinn. Genau, so oder so ähnlich kann man sich das ungefähr denken. Also, der George, der ist da nicht ganz so glücklich und ich hab mir nur so gedacht, so, hör auf, dumme Blogposts zu schreiben, schreib an deinem scheiß Buch weiter. Wichtiger. Wichtiger. Dafür hast du Zeit. Nerd. Er hat da ja schon den, er muss diesen Knoten lösen. Ich glaub fast nicht mehr dran, dass es rauskommt. Ich glaub, er hat sich in eine krasse Sackgasse reingeschrieben, gerade auch, dass Game of Thrones ihnen ein Ende vorweggenommen hat, was vielleicht doch nicht so funktioniert hat, wie er sich's vorge, wie er sich's ursprünglich vorgestellt hat und das muss er, er hat einen Anspruch an sich selber und diesen Anspruch kann er vielleicht einfach noch nicht erfüllen. Was schade ist, weil wir würden ihm gerne einfach, dass er irgendwas raushaut, aber nun gut, ich kann diesen Anspruch an Selbstperfektion in gewissen Rahmen nachvollziehen. Das ist für die eigenen Sachen einfach immer am schwersten. Ja, soll er mal Chat-GPT fragen, vielleicht hilft ihm das ja weiter. Hatten die damals noch nicht, konnten sie also nicht fragen, aber sie haben natürlich, wir sind jetzt gerade noch immer bei Rhaenyra, die Idee, wie gesagt, neue Drachenreiter zu finden. Klappt ja dann auch später, wenn auch vielleicht nicht ganz so wie gedacht. Okay, ich fand das dann später sehr, sehr spaßig, als sie dann so mindestens von 80 Bastard dann reden. und die auch dann alle so wie so die bucklige Verwandtschaft dann auf Dragonstone einziehen. Das hat mich so erinnert an so eine, ich hatte früher als Kind hatte ich eine Häger der schreckliche Schaltplatte. Es gab früher mal Häger der schreckliche Schallplatten und ich weiß gar nicht mehr, ob die sonderlich spaßig waren und ich habe eine Sache war auf jeden Fall sehr lustig, das weiß ich noch, weil da kommt nämlich die besagte bucklige Verwandtschaft zu Hägers Burg und macht dann also sämtliche Defensivmechanismen, setzt sie in Bewegung, kocht das Öl heiß, sammelt Steine, um sie von oben runter zu werfen, spitzt die Pfeile an und irgendwie hatte ich das Gefühl, Rhaenyra guckt ähnlich wie Häger, außer dass sie sie jetzt anfängt irgendwie mit Pech zu bewerfen, mit Öl zu bewerfen, aber sie war jetzt nicht sonderlich begeistert, ob der Menschen, die da auf einmal da sich alles Targaryen nennen wollen und da irgendwie reinkommen, aber wie sie in ihrem Pep-Talk ja auch sagt, wenn du nichts zu verlieren hast, probierst du das halt aus. Genau, ich meine, sie agiert ja schon recht clever nach dem sie quasi den Thron an Team Grün verloren hat und das muss man auch ihrer neuen, sie ist ja eigentlich fast die Hand, Mysaria ist mehr die Hand als Corlys von Rhaenyra, sie geht ja schon clever vor, indem sie die genau, was Mysaria sagt, das Volk von King's Landing auf ihre Seite bringt, weil Team Grün einfach auch Mist gebaut hat, in ihrer Panik schließen sie die Tore von King's Landing und ja, lassen ihre eigene Bevölkerung verhungern und lassen, Aemond bringt dadurch die King's Landing komplett gegen sich auf und das nutzt Rhaenyra für sich aus, also sie legt da schon nicht nur nimmt die, holt sie sich in Dragon's Seed durch die ganzen Leute, die da mit rüberkommen, sie sät auch den Samen der Zwietracht in King's Landing sehr erfolgreich, auch ohne, dass sie da jetzt mit Drachen kämpft. Hat sich natürlich auch Team Grün natürlich sehr, teilweise auch sehr, sehr dumm anstellt, vor allem in Person von Zerkraut, das machen wir gleich noch, ja. Ja. Die Drachenreiter, Dragon Seeds, hast du gerade eben gesagt, zwei hatten wir ja, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, Hugh Hammer und Ulf White und Adam of Hull, fehlt also bloß noch einer am Ende, wahrscheinlich, denke ich, wird es auf Bela rauslaufen, mal gucken, wer uns da noch den nächsten Drachen noch beglücken wird. Das, ich sag mal so. Das ist auch eine ziemliche Abkehr vom Buch. Also wir haben, sie ist nicht diejenige, die den Drachen, der im Buch Sheepstealer genannt wird, zähmt, und der Sheepstealer ist auch einfach nicht in The Vale unterwegs, aber ich kann verstehen, warum sie nicht noch einen Dragon Seed Charakter mit reinbringen, und zwar ist das, er ist auch eine weibliche Person, die sich Nettles nennt, und ist auch in der gleichen Linie, ähnlich wie Ulf und Hammer, der Hammerhead und die anderen. Da ist es schon clever, dass sie einen unverbrauchten Charakter, der schon aufgebaut wurde, jetzt dafür nutzen, um den nächsten Drachen zu rekrutieren und nicht alles nochmal wiederholen. Ja, Drachen zähmen leicht gemacht, wie du mir vorhin geschrieben hast, ja. Genau, da musste ich in dieser The Red Sewing, hätte auch einfach Drachen zähmen leicht gemacht, also wie zähmig ein How to Train Your Dragon hätte diese Folge heißen können, das war so schön, diese Serie heißt, die Serie heißt House of the Dragon und jetzt in Richtung Finale der zweiten Staffel spielen die Drachen auch einfach eine deutlich größere Rolle als vorher. Ja, wobei die Pfleger erstmal gepflegt in den Streik treten. Nee. Bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt. Naja, auf jeden Fall klappt es ja dann, das ist natürlich auch, ich meine, es war ja klar, dass das nicht ohne leichte Kollateralschäden vonstatten geht und ich meine, ich habe mich so gefragt, was sich der Drache wohl so denkt, Futter, ja, oder ist das so ein Instinkt, so wie unser Hund, der halt vom Schlafengehen immer sein Nest zurechtzupfen muss, er kann halt nicht anders, er muss halt sein Nest zurechtzupfen, es geht nicht anders, weiß ich nicht, ob der dann einfach so muss, ich meine, er könnte ja auch sagen, nur kein Bock und geht wieder, aber nein, die müssen der dann sozusagen diese Dreistigkeit bestrafen und ja, gehen halt auch einfach immer so ultra viele Leute dabei drauf, aber muss schon recht hartgesotten sein, aber gut, jetzt hatte ich allerdings den Drachen. Das stimmt und ich fand's schön, dass wir hier dann wenigstens die Höhlen, die Drachenhöhlen noch ein bisschen mehr sehen konnten, sonst waren wir immer oben auf dem Absatz und haben so ins Dunkle hineingeschaut und jetzt dadurch, dass alle einfach verteilt worden sind in der Höhle und abhauen mussten, hat man ein bisschen mehr Gefühl für die Größe dieser Höhle bekommen und was da noch so abgeht. Ja, und dann hatte ich mich noch gefragt, so Moment mal, wo kriegt denn jetzt der Ulf seinen Drachen her? Wie machen sie denn das? Aber da schlummert ja noch ein Drache in der Höhle, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, auch hier im Buch, das ganze Drachenzähmen läuft eigentlich immer wieder gleich ab. Die stellen sich in Drachenhöhlen davor und dann akzeptiert der Drache die. In der Serie muss man ein bisschen Varianz mit reinbringen und das passt ja auch zu diesem Charakter von Ulf, den man in den vorherigen Episoden etabliert hat, dass er gerne mal rumtönt, dass er sagt, ey, ich bin der Geist, ich bin Nachfahre, hört alle auf mich, gibt mir alle Bier aus und jetzt würde man vermuten, dass das wirklich nur so ein Betrüger ist, hinter dem eigentlich gar nichts steckt und scheiße, er hat doch am Ende Glück. Ja, aber shady sind die halt alle, ne? Also durch die Bank weg und auch Jude Hammer, der uns ja zumindest in den ersten zwei, drei Folgen, wenn man ihn gesehen hat, als, sag ich mal, rechtschaffenden Familienvater präsentiert wurde, ja, der kennt dann bei der Hungersnot von Kings Landing halt auch nix und glaub mal einfach anderen Leuten das Essen. Okay. Ich meine, ich verstehe seinen Antrieb. Du machst es, um deine Familie zu ernähren. Ja, ja, schon gut, aber er hat halt hier auch schon auf seiner weißen Weste halt mehr als nur einen kleinen Fleck gekriegt. Definitiv, dem kann ich zustimmen und ja, wie du es auch immer wieder sagst, wie du es vermutest, die haben nicht alle eine reine Weste und auch diejenigen, die uns jetzt treu vorkommen. Man muss dran denken, ähnlich wie Lucerys es mit, nee, doch, Lucerys es mit Rhaenyra bespricht, wenn wir jetzt das einfache Volk den einfachen Volk die Möglichkeit geben, Ja, Jasirys, Entschuldigung. Die Namen, ja. Wenn wir, wenn wir dem einfachen Volk die Möglichkeit geben, Drachen zähmen zu lassen, was haben wir dann noch für einen Anspruch auf die Regentschaft? Was soll jemanden wie Sonnenulf davon abhalten, nicht dann selber die Krone zu beanspruchen und schreiben wir uns dann nicht noch weiter in den Ruinen als vorher? Es ist interessant, auch der Unterschied zum Buch, dass es eigentlich, er ist der Sohn von Rhaenyra, der dafür sorgt, dass die Dragon Seeds zusammenkommen. Also das ist eigentlich eher sein Plan und Rhaenyra ist in den Büchern eher diejenige, die skeptisch dem gegenüber ist. Der hat auch vollkommen recht. Ja, also ich finde, das ist ein absolut valides Argument, das man bringen kann. aber in der Not müssen halt Wermetor und Silberschwinge jetzt zwei neue Reiter kriegen und die werden ja an dieser Stelle halt dann eben auch jetzt mit Ulf und Hugh der Hammer gefunden und Adam of Hall eben auch. Sein Bruder Alan, den wir jetzt auch dann sehen, der sich immer die Glatze rasiert, damit man die silbernen Haare nicht sieht, was ich auch so ein schönes Detail fand irgendwie. Der bleibt allerdings ganz bodenständig Seemann. Ist vielleicht auch besser so, denn es wäre jetzt vielleicht das Glück ein bisschen sehr strapaziert, als der Call ist in Frage. Also mehr oder weniger andeutet, probier doch du auch mal dein Glück. Ja, ich fand's noch spannend, dass, ich meine, wir haben Vega so oft jetzt gesehen und wir haben gemerkt, dass Vega quasi ein fliegender Flugzeugträger ist am Ende, so wie in den MCUs die Dinger, die da rumfliegen im Marvel-Universum. Aber dass wir einen ähnlich großen Drache haben mit Vemithor, das wurde extrem eindrucksvoll in dieser Episode gezeigt und ich muss auch so ganzen Dingen sagen, wir unterhalten uns ja eher selten über die Technik oder wir unterhalten uns sehr selten über irgendwelche Plotholds, die theoretisch an einigen Stellen auch da wären, die Effekte, die Drachen selber, die sehen für eine Serie, muss ich weiterhin sagen, für eine Serie, die sehr viel Geld hat, extrem gut aus und auch das Gewicht, was hinter denen ist, hinter so einem Vega und hinter so einem Vermisor, das, man merkt einfach, was für Brecher das sind, was für Wellenbrecher in der Luft, das finde ich unglaublich spannend zu sehen, plus den Punkt, den wir am Anfang der Episode gar nicht mehr angesprochen haben, den ich zum Ende der Aufnahme unserer letzten Episode noch reingeworfen habe, jedenfalls bei unserem internen Gespräch, wir unterhalten uns unglaublich viel bei dieser Serie über den Plot und spekulieren rum und sind in der Geschichte drin, was so komplett untypisch für uns ist, selbst wenn wir sowas für Rings of Power besprechen, oder Star Trek, Star Wars, merken wir so dermaßen viel an dem Aufbau, an den Charakteren rum, an der gesamten Geschichte, an dem, was scheiße ausdehlt, an dem, was gut aussieht, und das alles, wenn dir das mal auffällt, das haben wir bei House of the Dragon einfach nicht, da reden wir nur über Plot. Ja, absolut und das zeigt aber auch mal wieder, wie gut, wenn eine Geschichte funktioniert und du halt invested bist und du halt da sozusagen dann da dich reinsaugen lässt, weil die Geschichte an sich funktioniert, weil nicht vorher tausend Sachen sind, die halt dämlich sind, die dich wieder rausholen, ich bin mir hundertprozentig sicher, es gibt, wie du es gerade eben schon gesagt hast, bestimmt auch das ein oder andere Plotthole oder natürlich sind hier auch Charakterentwicklungen extrem gerusht, weil ich hab halt nur acht Folgen Zeit, ja, das ist halt einfach so, aber dafür macht halt die Serie an so vielen Stellen so viele Dinge halt eben richtig, indem sie zum Beispiel, ja, wie du gerade eben gesagt hast, diese Drachen haben ein Gewicht, man merkt wirklich, dass die ein Gewicht, ich verstehe die Welt, es wird nicht alle Nase lang irgendwas eingeführt, was plötzlich aus dem Nichts rauskommt, nur damit mein Plot nicht aus der Ecke rausholen kann, das heißt, die Welt ist in sich relativ konsistent, sie ist in sich auch relativ glaubwürdig aufgebaut, das funktioniert also an der Stelle auch gut und es ist halt dann im Zweifel und damit machst du ja nichts falsch, es ist auch völlig in Ordnung, einfach mal deine Serie ganz klassisch zu inszenieren, denn wenn ich keinen Sinn darin habe, nur weil das Kamera-Rig sich um 360 Grad drehen kann, muss ich es halt nicht machen, wenn es halt Story-wise oder inszenatorisch keinen Sinn ergibt und das ist halt das, was halt leider andere Serien da machen, dass sie halt einfach zusätzlich zum dem, oder anders, ich glaube sie versuchen ihre dünne Story und schlechten Charakter einfach mit Fancy Pancy Shaky Cam und keine Ahnung was zu kompensieren und das ist ehrlich gesagt dann gerade noch mal schlimmer, weil es dann noch mal nervig on top kommt, so und hier hat man ja auch gelernt, du hast gerade diese Höhle angesprochen, ja, ich bin mir sehr sicher, wenn das noch in der alten Game of Thrones Geschichte passiert wäre, wäre es extremst duster gewesen in diesen Szenen, ja, aber hier wird Dunkelheit eingesetzt, um den Drachen langsam annähern zu lassen, sodass man merkt, da bewegt sich irgendwas, aber dann, wenn es um die Geschichte geht, dann gibt es ja genug brennende Leichen, die die Höhle so weit erhellen, dass du immer siehst, was vor sich geht, ja, und noch mehr, ich kenne ja auch, ich kenne einen Großteil der Geschichte, beziehungsweise einen Großteil des Plots, wie er verlaufen wird, ohne die Details zu kennen, der Weg ist das Ziel in dem Fall, und das zeigen sie auch eindrucksvoll in den ganzen Episoden, dass der Weg das Ziel ist, egal, ob man schon weiß, wer drauf geht, oder wer irgendwelche anderen Sachen macht, es ist, wir sind in dieser Story drin, und wir fiebern hier mit, und deshalb bin ich auch noch dann begeistert von der Folge 7, die richtig krasse aufbauen, richtig viel Spannung mitbringt, obwohl ich theoretisch und praktisch weiß, wie das Ganze ausgeht, also wir reden hier einfach nicht mehr ums Handwerk, wir reden auf einem ganzen anderen Niveau bei dieser Serie, und wir sind meiner Meinung nach in Staffel 2, wenn wir jetzt schon ein halbes Fazit ziehen davon, Staffel 2 deutlich besser als Staffel 1, weil wir einfach nicht mehr diese Sprünge dazwischen haben, man ist im Fluss der Geschichte mit drin, und wenn ich es mal mit Game of Thrones vergleichen würde, sind wir auf einem Niveau, was Game of Thrones damals in Staffel 3, Staffel 4 ungefähr hatte. Gut, genug von Team Schwarz, lass uns mal nach Königsmund, wobei, eine Sache haben wir noch, da hat der, die Knutscherei von Rhaenyra und Messiah, gibt es hier auch ein Buch, oder war das was, wo sie gesagt hat, das, ui, guck mal, das Mädel ist ja zweitleisig unterwegs. Die haben ja schon eine gewisse Chemie, die beiden auf der Leinwand. Ne, das gibt es nicht im Buch, das hat man so im Buch nicht, und ich glaube, das zeigt aber auch nochmal ganz gut, wie isoliert Rhaenyra in ihrer ganzen Position, in ihrem Small Council als Königin ist, dass sie kaum irgendeinen Vertrauten hat, und dann diese Fremde daherkommt, mit der, die sie auch noch ganz sympathisch findet, und mit der eine gewisse Chemie sie auch hat. Ich fand, im Fluss der Story, fand ich es okay, hat das Sinn gemacht, dass sie, wenn Damon nicht mehr da ist, wenn sie niemanden anderen hat, dem sie sich zuwenden kann, sich dann der Messaria zuwendet. Und Messaria ist auch wunderbar unser Bindeglied zu Team Grün in Königsmund, denn sie geht da ja offensichtlich ein und aus, und wir haben ja gerade eben schon mal kurz angedeutet, der gute Agen ist dann doch ein bisschen angekokelt, aber er hat es überlebt, und als dann der Kraut mit dem Drachenkopf nach King's Landing wieder zurückkommt, ja, die Nummer ging dann auch ziemlich nach hinten los, und wo ich gerade so drüber nachdenke, wo dieser eine Mensch vom Smalls Forks, vom Small Folk zu Hugh Hammer sagt, ach, jetzt guck mal, jetzt sind Drachen gar keine Götter mehr, die kann man ja jetzt töten, das zahlt natürlich auf das ein, was der Jace vorhin gesagt hat, nämlich ja, wenn jetzt jeder Drachenreiter werden kann, gefühlt, dann sind wir ja auch nichts mehr Besonderes. Ja, genau, und ich markiere dir mal gerade hier, es gibt eine wunderbare Map auf Westeros, wo wir hier ja unterwegs sind in dem Fast Travel Mode, wir sind eigentlich sogar in einer relativ kleinen Ecke von Westeros unterwegs, und Dragonstone ist wirklich nicht weit weg und Rook's Rest ist auch nicht weit weg von King's Landing, also es macht schon Sinn, dass sie auch, wenn sie Schiffe hin und her schicken, dass sie relativ schnell da hin und her reisen können und dementsprechend auch Einfluss auf das Geschehen in King's Landing haben. Ah ja, okay, schauen, dann ist das ja näher dran, als gedacht, hat mir die Karte an der Stelle gar nicht mehr so sehr ins Gedächtnis gerufen. Na gut, also die Mysaria, die hat ja da ihre kleinen Vögelchen und die stiftet sie ja dann auch an, um ein bisschen Unfrieden zu stiften und derweil geht es den kleinen Rat von Königsbund ja auch sehr, wie soll ich sagen, nicht gerade harmonisch zu und der Aemon, der wittert natürlich jetzt seine Chance, ja, jetzt kann er endlich wieder Prinzregent sein, war er ja schon mal, jetzt kann das noch mal sein und dabei hätte die Alicent so gern den Job gehabt und das war ultra stark, also das war erstmal, war das von nicht von Emma Darcy, von Olivia Cooke, richtig gut gespielt, diese Wut, als sie da abgelehnt wurde und jetzt können wir über die Kamera reden, weil wie die das nämlich inszenatorisch eingefangen hat, diese Wut, die da in ihr brodelt und sie kann sie nicht rauslassen, Hammer, ich habe glaube ich selten so greifbar Wut auf meinem Fernsehscreen gesehen. Definitiv und das ist auch etwas, wenn man noch wieder das Behind-the-Scenes Material schaut, ist es faszinierend, dass diese Szene so in der Art und Weise auch gar nicht geplant war. Sie haben gezeigt, wie großartig sie das spielt und haben dann einfach drauf gehalten und haben die Kameraeinstellung gehalten, obwohl sie ganz viele andere Einstellungen noch hatten und mehr auf das Small Council insgesamt das Augenmerk richten wollten, aber einfach die Performance von der Miss Cook hier phänomenal. Ja, also das war wirklich ein Knaller. Also das hast du richtig gemerkt. So siehst du und dann unterstützt nämlich die Kamera mit diesem ganz, ganz langsamen Zoom und dann haben sie auch soundtechnisch den kleinen Rad dann so gedämpft, dass das wirklich alles nur auf sie fokussiert war und das war richtig, das war so richtige Gänsehautsähe, die war richtig, richtig gut und du hast so richtig mit ihr gelitten und wie man ja sowieso bei dieser Serie ja tendenziell eigentlich so hin und her schwankt, ich meine im Moment ist das Ganze so ein bisschen mehr Team Black inszeniert, so kommt es mir zumindest vor, so ein bisschen mehr, soll schon ein bisschen für Rhaenyra routen, aber ja, Alicent ist ja jetzt auch nicht völlig außen vor und ja, bekloppt sind sie halt alle irgendwie, also der Aemond macht sich zum Prinzregent und ja, der regiert dann erstmal ein bisschen durch die Gegend, nämlich erstmal Tore zu und alle Rattenfänger töten und da dachte ich mir schon so, das ist halt dumm, ne, es ist halt schlecht, dein eigenes Volk von der Lebensmittelversorgung abzuschließen, abzuschotten, weil über Seeweg ist ja die Blockade und da gab es nur noch den Landweg, also der ist jetzt auch dicht und dann auch noch diejenigen töten, die sozusagen dafür sorgen, dass die Stadt halbwegs bewohnbar und frei von Ungeziefer bleibt, unglücklich. Man sieht schon die Parallelen zwischen Aemond und Daimond hier, Daimond sehr ego getrieben, ruht sich auf kleinen Erfolgen aus und setzt seinen Willen durch und auch hier Aemond ähnlich. Er hat den Schlacht von Rooks Rests gewonnen, er hat die mit Vega beeinflusst und hat einen kleinen Sieg eingefahren, also hält er sich für den größten Strategen und nimmt nicht mal ansatzweise noch Rat von den deutlich erfahreneren Menschen um ihn herum an. Allerdings und es wäre sicherlich auch wahrscheinlich den Kollateralschäden und das Wort nochmal zu benutzen, abträglicher gewesen, wenn Alison da doch nochmal Prinz Regentin gewesen wäre. So wird das Ganze natürlich sozusagen mit Ansage eskalieren, denn das ist natürlich jetzt nicht allzu besonnen oder nicht der besonnenste, der dann da jetzt und das halt sogar der Sir Krautzi ablehnen, das war natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht und Generationen von Feministinnen werden aufgeschrien haben vom Fernsehen. So ist es, das Patriarchat, so ist es, so nicht anders und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die ein oder andere Frau, die das gesehen hat, sich vielleicht an das ein oder andere Meeting in ihrer Geschäftswelt erinnert hat, wo sie genauso übergangen wurde. Würde mich nicht wundern. Ja, Kristen Kroll, der ist auch, ich meine, so abscheulich der Charakter selber geschrieben ist, so sehr muss ich ja bewundern, wie gut abstoßend sie ihn geschrieben haben und wie gut abstoßend er gespielt wird. Staffel 1 war er ja so ein bisschen noch so dieser Schönling-Liebhaber von allen und jetzt ist er wirklich das komplette Ekel und Gegenteil von allem, der gerne überleichen wird. Ja, er ist mit seinem, sage ich mal, doch sehr zarten Gesicht, was er immer noch hat, ja, oder so ein bisschen so ein, ja, sie hat ja sehr weiche Gesichtszüge, ja, jetzt im Gegensatz zu Matt Smith zum Beispiel oder halt auch im Gegensatz zum Schauspieler, wie heißt der, der jetzt den Eamon spielt, ähm, dem Evan Mitchell, so. Und da hat er ja sehr weiche Gesichtszüge und ein bisschen, ein bisschen tump ist er halt immer noch, ne, also seine strategischen Entscheidungen sind jetzt nicht immer die besten, aber gut, bei Rooks Nest ging es sich aus. Er wird aber dann jetzt von Eamon, der den Rat dezent umformiert, nach Harrenhal beordert. Der Meister der Münze, der muss die Triarchie bearbeiten, damit die zum Verbündeten werden und Alicent kann kurzerhand auch gehen, ja. Also bleibt er eigentlich nur noch mit dem Meister und mit Laris da zurück. Und ich meine, der Eamon, der will ja die, die Macht ja auch behalten, das sieht man dann ja auch später, als er ja im Prinzip gar nicht so erpicht drauf ist, dass der Eakon wieder schnell wach wird. Ja, er versucht ja, er versucht seine Arbeit ja zu beenden, noch letztendlich. Also, ich hatte ja mitgerechnet, dass er eben Finger, äh, Finger sag ich schon, ich hatte ja mitgerechnet, dass er eben Kissen aufs Gesicht drückt. Ja, hat er ja jetzt nicht mehr die Gelegenheiten dafür gehabt, hat er verpasst alles, hat er Mist gebaut, aber, ja. Das hat er verpasst. Wer hingehend eher bondet, ist jetzt Laris und, und Aegon sozusagen von einem Versehrten zum Nächsten, ja. Und er ist ja auch dann die treibende Kraft hinter der, der, naja, leicht Fortschritte machenden Genesung von Aegon. Ja, und das ist, deshalb meinte ich das eben auch, dass Aegon eigentlich ein Charakter war, den man abgeschieden hat von jeglichen Sympathien. Aber, so wie er hier jetzt leiden muss und was er durch, an, durch die Hand von seinem Bruder auch erleiden muss, da kann man nicht drum rum als Mitleid mit ihm zu haben und doch wieder etwas zu sympathisieren. Ja, die Frage ist halt, lernt er da draus oder wird er danach zur, zur Furie, man wird es sehen. Wer aber schon ein bisschen zur Furie wird, ist das kleine Volk, denn die Intrigen von Mysaria zeigen langsam Wirkung und auch der Nahrungsmangel macht sich bemerkbar. Ja, und dann haben wir ja in Folge 6 schon sozusagen den ersten, den ersten Angriff auf die Königsfamilie. Ja, indem wir den, den Mob haben, der da unterwegs ist, während, was sind denn, die sind wieder in ihrer Kirche am Beten. Genau, in der Septe, ja. Genau, und dann bricht der Mob aus, weil einfach gesehen wird, die Reichen haben das Essen und wir haben hier nichts, dann essen wir mal die Reichen. Eat the rich, genau, ja. Wie habe ich letztens in einem Meme gelesen, eat the rich, das include Taylors Hüft as well. Ja, wir sehen die Nachwirkungen von diesem Aufstand dann auch, dann nämlich die weißen Wachen dürfen sich jetzt ein schwarzes Gewand anziehen. Immerhin sind sie keinen Kopf kürzer und können an die Mauer, was ja eigentlich, naja gut, schon ein bisschen eine klimatische Verschlechterung ist, aber keusch müssen sie so oder so sein, von daher, naja. Ja, ich fand's bei Folge 7 ein bisschen unmittelbar, dass plötzlich hier Seasmoke Adam und Rhaenyra da so am Strand stehen. Ich sag so, okay, das, ja, gut, ihr wollt jetzt wahrscheinlich nicht fünfmal zeigen, wie Drachen bonden. Das war irgendwie so ein bisschen so, ja, da hat man mich so ein bisschen reingeschmissen. Deshalb, ich wiederhole meinen, meine Gedankengang von eben nochmal, ein großes Ereignis müsste jetzt eigentlich in Folge 8 stattfinden, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie so weit kommen. Aber ja, dieses Bonding, die Arbeit mit den Drachen, da muss ja schon ein paar Tage vergangen sein. Die werden ihn, Ulf ja nicht direkt draufgesetzt haben und ihn einmal nach Kings Landing geschickt haben. Das scheint ja dann doch mit irgendwie auf Befehl von Rhaenyra passiert gewesen zu sein. Man hat ja, so wie es geschnitten wurde, hat man es ein bisschen vermutet. Okay, der fliegt jetzt einfach nur rum, um sich zu beweisen und zu sagen, hey, ich hab den Drachen. Aber auf seinem Weg zurück merkt man, dass es ja zum Plan von Rhaenyra dazugehört hat. Und es muss schon einiges an Zeit vergangen sein nach dem Vorfall in den Höhlen. Ja, vor allem, bis sich das ja auch rumgesprochen hat, bis der Bootsmann vom Matrosen, dessen Schwager, der Onkel, bis der das dann seinem Stallknecht und der dann dem anderen Stallknecht und der dann den Knappen erzählt hat, dass es jetzt also neue Drachenreiter gibt, das dauert ja auch eine Weile. So schnell. Aber ja, jetzt sind die Drachen von Rhaenyra wieder in Überzahl und es ist ein wunderschöner Gesichtsausdruck in der letzten Szene, wie sie da anfängt zu lächeln und sagt, ja, jetzt hab ich dich, du Arsch. Ja, und es wäre aber natürlich nicht das Universum von George R. R. Martin, wenn man nicht jetzt schon wüsste irgendwie oder zumindest die Sorge hätte, die würde aber halt auch wieder eine Dummheit begehen. Denn jetzt den Punkt zu nutzen und jetzt nochmal sozusagen Friedensverhandlungen aufzusetzen, könnte man machen. Aber bei der Provokation habe ich irgendwie das Gefühl, das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Was haben wir noch? Weiterhin, ich möchte, ja, okay, stimmt, was haben wir noch? Bei Team Grün haben wir eigentlich nicht mehr so viel in der Folge. Ich bin jetzt gerade im Erlegen, was ist in King's Landing da noch passiert? Nö, das war es eigentlich. Helena haben wir nicht gesehen jetzt die letzten Folgen. Larys, der hat so ein bisschen die Nachricht noch, der hat Bescheid bekommen, dass da irgendwas mit den Drachen los ist. Klar, wir haben die ganze Meute von Dragon Seeds, die rübergebracht werden. Hier ist es dann doch, auch wenn ich dir die Karte rübergeschickt habe, da haben sie ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, auch wortwörtlich im Sinne, dass sie mehr Fast Travel als in der letzten Staffel gesamt hatten, durch diesen Wechsel zwischen Dragonstone und King's Landing, den wir hier mitbekommen. Aber ansonsten war es wirklich fokussiert auf Team Black. Naja gut, man muss auch noch so sagen, Alicent nimmt sich so ein kleines Yoga-Retreat in ihrem Tiny House im Wald. Und da kann man ja auch nochmal abwarten, was dabei rauskommt. Ich meine, das war natürlich schon ein schockierendes Erlebnis für sie, dieser Angriff vom kleinen Volk. Und dann ist hier auch noch ein kleiner Rat ausgebotet worden. Sind wir mal gespannt, was da mit ihr so geht. Allerdings, wie gesagt, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, jetzt sich nochmal hinzusetzen und vernünftig zu reden, das funktioniert ja nicht mehr, dann wäre die Serie zu Ende. Also von daher muss es ja noch irgendwelche, also es gibt ja genug treibende Kräfte, die ja jetzt auch diesen Konflikt und diesen Krieg ja jetzt auch im Grunde genommen wollen. Was haben wir noch? Gut, wir haben noch Baylor, das hatten wir vorhin kurz angerissen, die rund um die Arry noch diesen Sheepstealer, heißt der glaube ich, ne? Drachen sucht, mit dem sie wahrscheinlich auch da noch bonden wird. Ja, mal gucken, was mit der Tante, wie heißt die aus dem Arryn, mit der Lady Arryn halt passiert, die ja den Drachen will. Hat sie die jetzt rausgeschmissen aus dem grünen Tal? Oder warum gehen die wieder? Das habe ich ehrlich gesagt irgendwie vergessen. Sie hat sich einen Drachen erwartet. Sie hatten sich einen Drachen gewünscht, einen erwachsenen Drachen, den hat sie nicht bekommen. Und da hat die beiden jetzt gesagt, okay, wir können euch jetzt ja ganz gut nach Penthor schicken, da sind ja eure Verwandten sowieso unterwegs. Ach ja, das war das, genau. Geht mal ruhig da hin. Sie will sich halt jetzt nicht regieren lassen von Leuten, die noch nicht mal irgendwie Druck haben zum Regieren. Ja, vor allem, wenn sie keinen Drachen hat. Also sie ist ja nur auf der Eerie nur mit dem Drachen angreifbar. Ansonsten gilt ja die Eerie als Uneinnehmer und von daher, solange keiner mit dem Drachen kommt, klar, der kann natürlich jetzt kommen, aber das bringt ihr halt dann so oder so nichts. Also weder kriegt sie jetzt Drachenschutz oder nicht. Wenn sie keinen kriegt, dann bringen ihr die Kleinen halt auch nichts. Ja, ich habe eben angedeutet, beziehungsweise ich habe vermutet in meinem Kopf, wie lange muss die achte Folge sein, damit wir noch einiges am Plot runter reinbekommen. Es gibt einen Trailer zu achten Folgen. 90 Minuten wäre schön, aber ich weiß nicht, ob sie so lange sein wird. Eine Stunde und 13 Minuten. Ja, immerhin. Okay. Ja, also fast so lange, ich glaube, damit ist sie fast die längste Episode in der Geschichte dieser Serie, macht Sinn. Der Trailer zeigt jedenfalls sehr, sehr viel Action. Ich glaube, jetzt sind so langsam die Schachfiguren gesetzt und jetzt können wir, jetzt sind wir auch von dem Muster weg, dass die vorletzte Episode eine Schlachten-Episode ist. Aber, wie du auch eben sagtest, wir haben ja nur acht Folgen in dieser Staffel und nicht die zehn Folgen, die wir sonst gewohnt waren. Ich hätte doch gerne lieber zehn Folgen, um noch ein Bär, so Charakterentwicklung zu, aber wenn dann eine Folge lang ist, ist es ja, ist es ja fast schon, geht es ja schon fast in die Richtung. Wir sind ja nicht bei Mandalorian oder Acolyte, wo wir eine 20-Minuten-Episode zwischendurch bekommen. Ja, eben, ganz genau. Ja gut, dann harren wir der Dinge in Harenhall, die da kommen. Wann wir die letzte Folge besprechen können, das wird, muss ich in den nächsten Tagen klären, denn du bist jetzt im Urlaub und dann kommt es auch ein bisschen auf deine Internetverbindung an, ob es nächste Woche schon klappt mit der Besprechung oder erst die Woche drauf wird, wir werden es natürlich auf jeden Fall besprechen. Und deswegen, wenn euch das heute hier gefallen hat oder ihr Anmerkungen dazu habt, ob ihr irgendwas falsch gesagt habt oder ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns entweder an info.nergizismus.de auf unserer Webseite als Kommentar unter diesem Post. Ihr könnt es natürlich auch per WhatsApp oder Sprachnachricht schicken an die 01525964 7709 und auf unserem Discord ist auch immer noch Platz für ein kleines Posting mit eurem Feedback. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Sterne da, das könnt ihr machen bei iTunes, bei Podcast Addict oder bei Spotify, da freuen wir uns natürlich immer. Und in diesem Sinne, wenn ihr jetzt ein bisschen Sehnsucht habt, dann hört doch mal die neue Folge zu Deadpool oder geht mal zurück zu unserer zweistündigen Besprechung vom Ecolight-Finale, da ist bestimmt auf jeden Fall was dabei. Oder geht mal ganz, 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 ganz weit zurück und hört uns, keine Ahnung, die zweite Folge an Laser gegen Phaser, die war auch ganz toll. Also in diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank und bei euch da draußen auch euch vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören und ja, dann bis die Tage. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Danke. 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 Danke.